Hey, hier sind wir letztes mal stehen geblieben. Genau hier. Genau hier sind wir letztes mal stehen geblieben. So, wir checken mal, dass ich mein Stream habe. Ah, alles passt. Ob ich wieder irgendwelche großen Sachen neu machen muss. Kurz mal up checken. Das hört eigentlich ziemlich gut aus. So, alles passt. Das muss ich leise machen. So, perfekt. Hoppenscheiße. Ich kann mich nicht daran erinnern, alles leise zu machen. Also, Volga, rein da mit den Kichers. Yeah. Ganz gemütlich und vorsichtig, alles nach und nach. Mit dem Schraub. Boah. Na, na na, na. So selten, das ist gut. Scheiße, ne ich nicht. Ja, ja, direkt in den Klub. Los, komm gleich zurück. So. Easy, easy. Easy, easy, alles. Okay, ich fange da glaube ich nicht weiter. Wenn ich nicht looten könnte, man. Was wäre hier krepiert? Was will ich hier fucking krepieren? Scheiße. Easy. Easy. Einheiten am Boden. Sehr gut. Wo ist der andere Masefucker? Das ist hier. Da geht es hier. Scheiße. Ja, genau. Soldat am Boden. Nein, die Waffe brauche ich nicht. Wollen wir mal mit der. Scheiße. Ziel getroffen. Ich gehe mal zurück zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Easy. So muss es sein. So muss es sein. Felix, take it easy. Yeah, yeah. Wir haben auch noch ein Pfoten. Das lasse ich ganz bestimmt nicht mehr am Leben. Wir haben auch noch ein bisschen was. Oh, dir geht es nicht gut. Stress. Looten, 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 looten. Boah, der Schuss ist nicht gestorben. Das ist okay. Jetzt wurde noch, ob wir hier waren oder irgendwas. Stott. Verlinken uns hier erstmal. Alles ganz geschmeidig machen hier. Ich hoffe, dass ich demnächst jemand mal was cooles gekommen bin. 55, 55, 55, 52, 51, 12. Easy peasy. Alles easy, alles. Hier war noch, ist da hinten, Alter, gell? Es gibt so vieles. Das müssen wir hier verlinken. Ich werde jetzt mal weiterhacken. Ähm... Hm. Hm, 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 hm. 1C. E9. E5, 50. Ja. Da. Ja, gehst du ja gleich. Mal mit der Ruhe. Oh, du, du. Halt keine Ahnung. Halt keine Ahnung. Sche BUTT auf das Gramm. Ich kippe mir aber klar. Keiner mit der Ruhe. Ausmachen. So, da sind alle tot. Easy peasy measy. So, da muss ich mal durch, danke. Es wird auch, was du zu normal mit einer Kanone sagst. Bist du, Bruce? Ist das ein Test? Ja. Fein, grau. Schreck dir aber schneller ein. Überhaupt nicht von Militech. Ja. 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 Gehen wir mal. Du hast lange genug gesessen. Bewegung wird dir gut tun. Ist so. Ja. Ich muss mich erstmal hier erkundigen. Also ich möchte mich erstmal erkundigen. Da ist bestimmt noch einen Haufen Zeug zu erledigen. Ich muss mich erledigen. Ich muss mich natürlich. Erledigen muss ich nicht. Ich glaube nicht, nicht viel. Nein. Boah. 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 Boah, boah. Mein Strom kann schon aufhören. Da wurden 16 Geräte, gell? Kein Strom mehr. Wahrscheinlich muss ich mal Strom anmachen. Hm. Hier hab ich glaube ich eh alles dann. Dann müsste ich hier glaube ich eh schon alles haben. Ja, ja. Ja. Ich selber. Verdammte Scheiße. Ich unternehme. Ich unternehme. Was haben wir denn hier? Tüsch. Was da? Was da? Money, Money, Money. Yeah. Looten, looten. Kann ich noch mehr looten? Kann ich leider nicht. Warum kann ich nicht mehr looten? Stopp. Hier war was. Willkommen in dem neuen Jahr. Im neuen Jahr. Den ganzen. Sieben. Action ist grad vorbei. Ich hab grad Quest ist fertig gemacht. Grad ist alles gekillt hier. Nee, Action ist schon vorbei. Nein, da bist du viel zu spät. Ich bin selber schuld. Wenn du spät dran bist. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Einschalten. Kann ich nicht hacken. Kann ich nicht hacken. Das muss doch was hier sein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Ich habe jetzt mal ein Auto. Das ist mein Baby. Da steht irgendwo mein Baby. In der Garage angepacktes Baby. Was ist das? Was ist das? Schau mal wie krank das Auto ausschaut. Heftig, gell? Ähm. Scheiße. Ja, danke. Das ist eine Katastrophe. Mit der Statur war alles so Katastrophe. Ich ne reine Katastrophe. Erstmal packt noch die Bobane. Ja! Jetzt? Jetzt was? Ja genau, steig Bus aus. Wow, was war das jetzt? Wow, was ein Fail. Dachte schon, wir kriegen dich nie aus dem Loch raus. Ja genau. Du widerliches Ass. Was? Ohne Leute wie dich gibt's dieses Loch. Schon ein halber Cyborg schon geworden, hör mal. Schon ein halber Cyborg. Wiehst du hier? Das ist ja alles Cyborg. Ein halber Cyborg. Wie viel bezahlen die dir? Look, dass ich dich da rausholen konnte. Du kannst dich nachher bedanken. Wir sollten los und zwar sofort. Oh und wie? Gib mal Crash jetzt. Wenn du jemals aus Night City weg willst, sei an der Grenze vorsichtig. Unfälle sind da meistens tödlich. Hä? Bin ich jetzt fertig? Ich kriege jetzt mein Cash. Für mein Cash, für mein Cash, für mein Cash, für mein Cash, für mein Cash. Easy. Ich sagte kein unnötiges Blutvergießen. Hast du nicht gesagt? So, jetzt geh ich erst mal. Hast du das vergessen? Jetzt geh jetzt mal ein paar Bösewichte umquatschen. Aber du hättest das besser lösen können. Nein, hätte ich nicht. Da war ein Hard Episode. Und so. Hä? Sind wir jetzt hier oben oder unten? Umquatschen zu sehen. Wie viel hält das schwarz aus? Du bist noch nicht derbend. Oh joh. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Passiert! Passiert! Welcher Maserfuck'n Ballert? Wir machen erstmal hier ganz geschmeidig. Yeah, ja! Voll daneben! Ja, ja! Hör auf dich zu bewegen, du Schwanzlutscher! Komm her! Ja, ja, ja! Alter, ich hasse es, überladen zu sein. Wie ich das hasse, überladen zu sein. Das ist richtig belastend. Ich lasse es zerstören. Wieder schnell unterwegs bin. So, jetzt. Der Maserfucker gleich tot. Äh! Äh! Steh doch auf! Hallo! Danke! Ja! 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 Marip. Ja! Ja! Ein bisschen, also? Auf! Ja! 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 Genau! Ja! 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 Alles easy. Einmal hier irgendwas. Einmal nix. Einmal hier irgendwas. Nur ein Reifen als Motor. Okay. Den Kofferraum wieder schließen. Da nehme ich halt dich. Der nächste wäre da. Yeah! Oh, wir sind jetzt keine Granaten irgendwo versteckt. Beziehungsweise Minen. Rauch wäre richtig... Belastend. Er hat mich gesehen. Keiner sieht mich. Krepier. Sagt Krepier, Mann. Stehst du das? Nein, Alter. Du hast den falschen Gang ans Bein gepisst. Ich bin zwischendurch. Ja! 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 Wo stehst du das? was war das alter und zwar meine haupt mit hier jetzt müssen alle tot sein EASY PEASY EASY PEASY EASY PEASY Da hinten ist noch einer Du sagst was du sagst Den Griff Den Blick EASY PEASY Hier noch was Hier haben wir noch was Dann machen wir erstmal das hier Dann machen wir erstmal das Geht das leid Macht erstmal das Und dann das Die beiden erledige ich auf jeden Fall Ja Glaub die wollen Stress oi 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 die alle hier mal sagt keine überlebenden daran halte ich mich steht das muss auch was du sagst man man kann das nicht leben man ist nichts irgendwas muss auch nichts zu looten kann man hier irgendwas looten kann man nichts looten kann man auch leider nichts looten schade marmelade kann man hier irgendwas looten kann man leider auch nix looten hier wahrscheinlich auch nix dann scheiß drauf dann bin ich hier fertig dann bin ich hier absolut fertig erstmal dampen erstmal in der wüste abhängen mit hundfisch am angelhack wie kaktus an einem wüsten boden abhängen mit kaktus am boden yeah ich war's nicht ich war's nicht was war nicht so abgemacht ne das scheiße oben 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 fack wo 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 was auch was das was wüsten einfach nicht leben kein problem ist kein problem eine überlebende werden sterben alle werden sterben denn dafür bin ich bekam und hier zu kürzeln überladen zu sein ist scheiße wenn ich so langsam 1 zu 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 1 moment immer hier ja der marmelade ich wollte erst mal da haben muss erst mal ein bisschen was vertreten Erstmal zu dem Warten. Ein bisschen was verkaufen, eventuell etwas herstellen, wenn es geht. Wäre cool, wenn es gehen würde. Weggepackt. Wo zum Teufel bin ich? Was war das gerade? Was zum Teufel war das gerade, Alter? Heilige Scheiße. Ähm, okay. Moment. Neuer Versuch. Fangen wir nochmal hier durch. Warte mal, da war ja auch noch irgendwas, oder? Wir waren, glaube ich, nur ein PC zu töten, glaube ich. Glaub ich, glaube ich, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Wir sind alle auch nicht draufgegangen. Warum auch immer. Warum zum Teufel auch immer sind hier alle auch nicht drauf. Das ist ein feindliches Gebiet hier, okay? Verstehe. Ja. Der sieht mich gleich, der sieht mich gleich. Der sieht mich nicht mehr. Dafür sind die Alex. Ich bin doch überladen, lass mich in Ruhe. Was ist los mit euch? Ich will doch nur was verkaufen. Verkaufen, verkaufen möchte ich doch nur. Ich möchte keinen töten, Mann. Wollte nur ganz geschmeidig was verkaufen. Warum konnte ich hier nichts geschmeidiges verkaufen. Warum kann ich hier nichts geschmeidiges verkaufen? Dann kann ich dich jetzt nicht mehr nutzen. Weck mich. Der lebt noch, ja? Scheiße. Lass die Waffe fallen! Ich muss doch auch was du sagst. Nein. Da wären wir hier. Nie, nie Pelz. Nie, nie Pelz. Nie, ne Pelz. Scheiße. Oh Gott, ich hasse es überlastet zu sehen. Nein, bin ich aber theoretisch richtig? Ja, theoretisch wäre ich hier richtig. Geh hinein, ja. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich habe das gewusst. Und dann kann er versuchen, mich fertig zu machen. Versuch mich fertig zu machen. Versuch mich fertig zu machen. Hier. Oh Mann. Ich höre dich. Scheiße. Ich höre dich. Scheiße, ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. ich wollte aber nicht dahin, aber ich hab ihn jetzt gefunden ganz genau wollte ich aber nicht hin, aber ok schlagen nimm es nicht persönlich easy du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast ja, Sekunde, ich ruf ihn an oh naja, du ruf ich ihn halt an aber denk dran, du hast Hellmann das ist ein fettes Ass im Ärmel versuch was damit zu erspielen Takemura hat mir das Leben gerettet schon vergessen weil es für ihn von Vorteil war deine Eigennützigkeit du kümmerst ihn an Scheiß Takemura, gute Nachrichten ich hab Hellmann was hat er gesagt natürlich lebend war nicht gerade sonderlich gesprächig ich bringe ihn ins Sunset-Motel ich bin unterwegs sehr gut, echt gut verstanden bis dann mit dem Helm und München nein, ich möchte dich jetzt erstmal nicht weiter ja, okay doch, komm aufheben komm her da sind ein paar Autos hier unterwegs Scheiße, ich kann grad nicht rennen und nicht bluten komm her dann mal hier glaub deine neuen Schumbas sind da ist er das? das ist er bring ihn raus, wirf ihn aufs Motorrad sehr gut da 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 nicht bewegen okay die Kavallerie ist da Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen alles sicher uns hat niemand auf der Straße gesehen aber wir sollten trotzdem verschwinden ja, erstmal hier verkaufen kaufen ich muss ihm nur ein paar Fragen stellen ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen dann hoffe ich dass du ein paar wichtige Antworten kriegst ja, hoffe ja so hier ist alles erledigt alles sicher abgehört Mitch verdank dir sein Leben wie und Pala die beiden haben mein Arsch zusammen gerettet ich hoffe, er war es wert ich hab versucht, ihn zu warnen aber er vielleicht kann ich irgendwie helfen ich glaube, du hast genug getan ich wollte ihn aufhalten na klar dreh dich einfach um und scheiße auf alles warum bist du ja der Beste, nicht wahr? das war wirklich nicht Panams Schuld hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld also, du und ich wir sind keine Freunde außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen geschuldet ja, klar Panam hat mir nur geholfen wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der Evi nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren ja, genau ein alter Kaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich die Umstände ändern absolut nichts daran vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein alter Kaldo ist ha 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 dann seid ihr hier macht ihr keine Sorgen wegen Saul macht ihr keine Sorgen wegen Saul der kriegt sich schon wieder ein ist so Panam hat sie gehört etwas passiert ist hat er uns befohlen euch zu folgen er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert ne du hast ne Kavallerie ich will alles Hilfe nicht tun ich frage mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre na klar das weißt du genau komm zurück zu uns versteh schon versteh schon tut mir leid das Leben manchmal wird es bei uns ein bisschen überdramatisch überdramatisch und du pass auf dich auch sowieso denke das wärs bis zum nächsten mal jetzt hab abzuhauen ah gut ich hab Motorrad kann ich bitte hier noch ein paar Sachen verkaufen wille 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 ne kann ich leider nicht schade und seit Motelbad ne ach Gott das muss ich jetzt machen oder ne ach Gott das muss ich jetzt machen oder ich stell mal denen die Frage ne wo bin ich was ist das hier die Erfindung reden den Biochip für Arasaka aber ich will erst etwas wissen du wurdest nicht von Yohinobu Arasaka geschickt nein das bedeutet du musst ein Angebot für mich haben wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt dann können wir reden mhm ich hab ein Problem und du wirst mir helfen ne hab kein Angebot niemand hat mich geschickt ich hab ein Problem und du wirst mir damit helfen ganz schön ganz schön was hat das mit dem Biochip zu tun? dein Tech verursacht mich umzubringen mein Tech versucht mich umzubringen bin ziemlich sicher dass sie das nicht tun sollte ne genau wenn du was reklamieren willst brauche ich mehr Details ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf und da will ich es nicht haben Silverhand? Konstrukt? das ist unmöglich das ist unmöglich wo hast du diesen Biochip her? du musst den Biochip aus meinem System entfernen hab ihn gesprungen ich hab ihn in Yohinobu Arasaka gestohlen war ein Job aber die Klientin hat mich hängen lassen und du dachtest der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener Gottverdammter Kopf? ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht das Konstrukt hat mich rebooted als ich meinen Kopf eine Kugel eingefangen hat ich wusste Yohinobus Plan würde schief laufen aber so habe ich mir das nicht vorgestellt ganz genau ha Arasakas Premium Tech hat echt die Straße erreicht du musst den Biochip aus meinem System entfernen so einfach ist das nicht komm schon du hast das Teil gebaut oder? also wo ist das Problem? wenn du die Wahrheit sagst dann trägst du eine neue experimentelle Version des Biochips ich weiß man kann sie nicht einfach rausreißen man kann sie nicht einfach rausreißen mein Ripper meint das einen verfickten Straßendock gezeigt? wer weiß noch davon? ich brauchte Hilfe oder dachtest du ein Kang Tao AV abzuschießen wäre mein erster Gedanke gewesen was macht diese Version anders? ein anderes Engram mit etwas mehr Bewusstsein? Aggressivität der Biochip ist das einzigartige nicht Silverhands Engram der Vorgänger wurde nur dazu benutzt mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet ja der hier ist sogar noch seltener er soll ein Engram in einem neuen Körper installieren und aktivieren als ich Arasaka verlassen habe war das Projekt noch in der Testphase ok muss ein Glückspult sein deine Tech funktioniert gratuliere jetzt hol sie raus ja ja toll deine Tech funktioniert jetzt hol sie raus aus mir fühe an ich muss sie mir erst ansehen langsam wir kennen uns kaum so schnell vertraue ich dir nicht wie hast du dir das sonst vorgestellt? wenn du willst dass ich dir helfe muss ich dich erst untersuchen na dann ok ok unglaublich sieht aus als ob kann ich fassen dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird dieser Anzug uns helfen wird ich habe diesen Anzug hier oh verdammt ich habe den Anzug was was ist was für ein Jammer dass ich ihn nicht näher untersuchen kann oh scheiße du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können sag mir wie ich ihn los werde ich fürchte ich habe schlechte Nachrichten dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren mhm ich könnte dir allenfalls oh ho Zeit zum Falschen Baby mein gutes Hospiz in Schweden empfehlen Schweden auch noch Schweden dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten die Schmerzen minimieren was genau passiert was genau geht in meinem Kopf vor sag du mir das wie ist es so zwei Persönlichkeiten zu haben easy es ist ja nicht so als würdest du Stimmen hören du bist gleichzeitig du selbst und Silberhelm ich will hier nicht über Philosophie reden ich kann ihn sehen und mit ihm reden und gut mit davon weißt du was das reicht jetzt willst du nur Zeit schinden weil es momentan so klingt als wolltest du mir erklären dass du nutzlos bist mhm ich meine in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen na endlich ich werde versuchen dir zu helfen wenn du mit mir zu Kang Tao kommst nein vergiss Kang Tao vergiss Kang Tao mhm du hast sie bei dir? muss er ja ohne die ist der Flachwichser wertlos wie? Takemura? was macht der hier verdammt? er hat selbst noch ein paar Fragen an dich ja genau wenn du nett bist rettet er vielleicht sogar deinen Arsch ich bin fast fertig los die Blaupausen her damit erst mal reinstecken weg jetzt nicht oh ja kann ich jetzt neue Sachen herstellen besser als nichts sofern wir jemanden finden der das Tackle Blubber versteht ich check nix Sabura Subaru aufschneiden ok Guru er gehört ganz dir ich lass euch beide allein ist so ok kann ich jetzt hier was cooles neues herstellen oder rüstungsminzig ok ich hoffe wir können uns einig werden das ist in deinem besten Interesse das ist in deinem besten Interesse wie? das werde ich nicht vergessen sehr gut erst mal kotzen scheiße scheiße nicht zu rein das hier was ein inakzeptabel unmöglich ui ach diese Wichser das ist in deinem besten das ist in deinem besten was immer du sagen willst sag's ihr frisst doch was am Kot das merke ich ich wüsste gerne wie du tickst damit ich weiß mit wem ich es zu tun habe erst dachte ich du hattest einfach nur Pech aber jetzt weiß ich was dein eigentliches Problem ist welches du bist ein Junge aus Haywood der seinen Block für eine bessere Zukunft verlangt genug von dieser Kinderkacke ich will dir doch nur helfen mhm ich brauche und will deine Hilfe aber nicht ich geh endlich ich hab genug von dir wo bin ich jetzt eigentlich hier ist aber auch eine außer man hier Fahrzeuge er braucht die Richtigkeit oh es ist ein Level ab yeah machen wir das nächste Level ab was macht cool es gibt Schaden und hier ist weiter auf Schaden vor allem je weiter man mal auf Schaden sind jeder Kopfschuss verringert den Rückschluss mit Gewehren wird die Panzerung sowie Resistenz auf Nussung während du mit einem Gewehr oder Maschinenpistole aus der Deckung schießen voll ziemlich sexy verringert den Rückschluss mit Gewehren und Maschinenpistolen was war das ok wir müssen mal Waffen holen ich bin ja immer noch komplett verlos was läuft in der großen Welt was läuft in der großen Welt was du hast irgendwie verticken weiß ich nicht ob ich verticken will das ist mein ich glaube ich bin geil dann habe ich aber nicht ich hab genau nichts gescheit schaulischt 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 ja da muss ich die doch einfach nur zerkrümmern das der muss ich das dann lieber ich glaube ich viel mehr davon wenn ich bekomme raus mit den Viechers wirklich auch so ist schon mal ziemlich urat wird die Panzerung hier auch alles weg ganz geschmeidig alles weg easy peasy measy dizzy kann ich nicht gehen da ist alles weg dass ich irgendwie auf ethisch komme oder irgendwie langsamer und hier auch irgendwelche Sachen kommen ich glaube ich viel besser war ich das andere besser könnte ich damit herstellen könnte ich dich wohl schon mal herstellen ich bin ich bin man glaub ich es wird es wird es wird Fahrzeug habe ich hier nicht. Hier war noch ziemlich viel. Nein, hier war ziemlich viel. Gehen wir mal dahin und dahin. Fahrzeug rufen. Ich glaube nicht. Alles easy. Fahre ich denn dahin durch die Stadt oder was? Hier habe ich ja alles fertig. Dann können wir ja erstmal... Warte mal, von da gibt es hier irgendwas. Gehen auf den Highway zuerst. Erst auf den Highway. Ja. Hallo, Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Ja, hi. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer... ...heiklen Sache und ich dachte... ...du kannst vielleicht haten. Ich werde später. Warum ausgerechnet ich? Gibt es einen Grund? Du wurdest uns empfohlen. Von wem? Das sage ich wieder nicht am Telefon. Können wir uns vielleicht treffen, um weiteres zu besprechen? Ausnahmsweise, Mann. Ja, treffen wir uns. Irgendwann, Mann. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Dabei haltet es auch. Ich glaube, ich werde hier stehen. Das laufe ich lieber zu gut. Diesen Teil laufe ich lieber zu gut. Ich glaube, es gehte Ich bin ganz schön, die Kilos. Ich bin auf jeden Fall, die Brüße nicht mehr haben. Ich bin auf jeden Fall. Das Versteigen ich noch. Was mein Gott hat? Er hat mich nicht gemacht. Das war so. Man muss sich nicht alles abrufen. Nr. Azure-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber-Teiber. Ich bin jetzt nicht nur aufgeregt. Ja, ja, hör auf hin zu fallen. Seh halt auf, oder? Ja, mehr ist hier noch. Der Auto ist dahinten. Ja, okay, autorisiert die Bedrohung. Wie geht's? Super. Ich hab' einen Superjob für dich. Ich hab' gehört, wenn Waco Superjob sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Die Sache ist heikel. Dann geben wir das da. Na klar. Okay, gib mir die Details. Da gibst du die mir. Boah, coole Details. Wenn man nichts sagt. Echt gut. Wurde der Mann schuldig gesprochen, verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Ja, gut. Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Doch, bist du auch. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet an einem Auto an der Ecke Sicht und Breden. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du den Kerlen coolen und kompjast. Viel Glück! Viel Glück! Doch das hat's für mich gut Aber vielleicht auch keine 200 Oder der Bugatti besser Der Bugatti der Neue Bugatti Erst erledige ich hier alles Und dann sagen wir mal weiter Obwohl Hillet den Gunzen Ich heilet den Gunzen Senf hier Schwer 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 Eieiei, das tat ein bisschen weh, glaube ich, oder? Oder nicht? Dann passt es doch nicht weh. Ist okay. Dann passt es dir doch nicht weh. Da muss ich mich einfach nicht so zuunigen. Okay, hier haben wir alles. Easy peasy. Geh mal zum nächsten. Nächste ist das hier. Hier müsste ich... ne. Da müsste ich so hin. Nehmen wir das da. Müsste ich so hin, gell. Wir machen das so. Alles gemütlich nach und noch. Ganz gemütlich und geschmeidig nach und noch. Wir fangen mit uns. Vi machen das so. Ich bin mit uns, dass wir nicht in Ordnungen verhämmen. Ja. Es wird das Licht ausgemacht. Hier sind die Schweine. Das sind zu viele Steinchen. Keine Ahnung, ob ich da durchkomme. Da haben wir mal nix, ist okay. Da hinten brennt was. Ich hab keine Lichter an, sehr gut. Sollte die nicht sehen. Da hinten brennt. Du bist ja nicht schon auf den Kopf, die Schnauze. Eben, deswegen. Das hoffe ich doch. Na ja, wir werden sehen. Wir gehen gleich. Dann ziehen. Wow, 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 wow. Fast easy, würde ich sagen. Aber nur fast easy. Endlich looten. Du bist gelootet, sehr gut. Du lebst ja noch. Nein, 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 nein. Gibt noch einer? Nein, ich geh mal weg mit dem Scheißzeug. Sehr gut. Da war's nur noch dichter. Perfekt. Noch irgendwas, was ich rufen kann. Warte, mit dem Zeug. Nee, ist hier nicht. Okay. Ich mach den. Dann sind wir hier auch fertig. Okay, mal ganz geschmeidig dahin und dann dahin. Okay. Oh, ich spür sie, Morin. Ich werde gleich besser abschlucken müssen. Für dich, Morin. Ich spür sie, Morin. Ich spür sie, Morin. Ich spür sie, Morin. Ich spür sie, Morin. Also denke ich. Du impresst Salvador. Ich spür sie, Morin. Und dann wanna ich mal sein davon, basically Rabin. Wo ist jetzt die verdammte Strasse? Wir kommen hier auf die Strasse. Ich glaube, ich muss hier auf die Strasse jetzt was machen. Da ist die. Scheiße, da werden... werden Licht ausgemacht. Wow! Ich musste auf die Strasse nur, damit ich hier raus behaue. Hätte das geboten, ey. Ich hätte nicht gesagt, dass ich eine Strasse brauche. Ah, ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist alles kein Problem. Ist alles so gar kein Problem. Da ist die Strasse wieder sehr gut. Oh, jetzt fühle ich mich wieder halbwegs sicher. Ja. 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 Wie? Dieser techy Big Pete ist in den Badlands. Aufgetaucht. Mir wäre es lieber, wenn er wieder verschwindet. Ich bin Schöpfen. Stehst du? Ich schicke dir die Infos zu dem Stadtvixer. Stadtvixer? Ganz vorsichtig und ganz geschmeidelt. Seht ihr? Ich würde es hier aufstellen. Der zieht mich nicht. Und ich? Bäh. Hi. Ja, ich habe es so gewollt. Ich habe es so gewollt. Es geht nicht. Du musst hier überhaupt was machen? Schaftze Zutritt zu ... Schaftze Zutritt zu ... Erstmal loten. Erstmal loten. Dann alles von hinten schön löten. Die Kameras ausmachen. Dankeschön. Hier war noch mal irgendwo einer. Erst da oben. Verspüren. Ja. Okay, ich verstehe ich. Ja genau, scheiße, scheiße, scheiße. Einer Kollege ist... ...und weiter schießen. ... 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 Hier rein? Nein. Hier keiner rein. Ich hab jetzt alle gekillt oder? Ich muss diesen Leuten nix. Einmal noch finden. Auf jeden Fall geht es da weiter runter. Irgendwo. Hier, gell? Was machst du denn? Verlass das Gebiet. So schnell verlass das Gebiet. Ganz bestimmt nicht. Ich hab hier alles gebootet. Ich hab erstmal geschaut, dass ich hier an den PC kommen kann. Oh Gott. Oh Gott. What? Den wir nutzen. Den wir die Leute nicht verlinken können. Aber eigentlich. Level das habe ich auch nicht. Noch irgendwas hier. 1C 1D55 Fakt. Gibt es denn eigentlich gar nicht mehr. Guck mal. Können wir das gleich nochmal machen? Nein. Leider nicht. Das ist mal im Club. Er kennt es nicht. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Sonst hab ich hier glaube ich nix mehr gesehen. Ich check trotzdem alles ab. Ich vertraue ihm niemanden. Ich vertraue ihm niemanden. Mhm. B9 1 2 BD 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 Jupp. Und da. So was. Gut dann ist sie glaube ich fertig. Du bist hart wie Stahl. Du bist hart wie Stahl. Ein Krieger ohne Gnade. Ja. Dein Vertrag ist damit erfüllt. Gut gemacht. So. So. Braucht sie Hilfe? So geht's auch. Hier killt der Unterkörper. Ah ich kenn den Bro. Mit dem geht's gut. Er macht nur Neckerchen. Er verliert seine Unterteile immer. Auch den hat's ein bisschen erwischt. Den kenn ich aber nicht. Ich glaub den. Für den braucht man Krankenwagen. Ja die alten Zivilisten machen das schon irgendwann mal. Seht ihr da hinter mir sind so viele Zivilisten. Ja. Was blaues ist übersehen. Habt da was blaues übersehen. Dankeschön. Wie denn dann? Ja. Sehr gut. Ich muss jetzt ein Boss sein oder? Achtung an alle NCPT Subunternehmern. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Stage Goldsrow. Nech geht's nicht. Nein. Das ist so. Gegen Rufus. Gegen Rufus. Gegen Rufus. 59, 55, 50, 50. Ich bin nicht lizenziert. Na genau, Maul halten. Verstehst du das? Geh mal schneller. Geh mal schneller. Geh mal schneller. Geh mal schneller. Dann übernimm die Position. Easy. Geh schneller. Geh mal schneller. Geh schneller. 1,2,1,3,4,4. Nein, das ist keiner mehr Lute. Wir sind total gefickt! Wir sind total gefickt. Ich brauche nur einen Sch всей der noch. Ich brauche nur einen Sch�D- tissue zu lassen. Schon wieder überladen. Manche viel? Schön, easy alles. und dann kommt ein paar jährige aber alles mit langsam mal zeit dass ich diese ganzen sachen kaufen damit ich meine woche ein bisschen stärker macht ich bin ja eh noch im kampf nein die brauchen wir nicht noch irgendwas hier ich bin auf einmal gell ich bin da oben ich bin schon gut du hast gewonnen verlinken kann ich mich hier leider auch nicht bekomme ich jetzt eigentlich da hoch ich müsste eigentlich irgendwo eine leiter sein da ist die leiter beschlossen äh öffne auch er sehr gut Hose kennt das nicht im bad erstmal neue Hose finden die gemäß die wohl die die Und hier ist einer. Das war's. Noch irgendwas. Schauen wir mal ab, ob ich was cooles neues habe. Jetzt haben wir hier. Kritischen Schaden. Kann ich nicht wegnehmen. Okay. Leider kann ich das nicht. Er wird verringern den Schaden durch negative Status-Effekte. Er wird das ausweichen. Er wird die Panzerung. Da bist du glaube ich viel besser dran. Bin ich glaube ich besser dran. Ähm. Ähm ähm ähm. Ähm ähm ähm. Ähm ähm ähm. Einsch? Einsch? Einsch kann ich klarerieren. Ich krieg es diese Base aber dann. Ähm ähm ähm. Hier könnte ich. Mal dich Upgradieren. Mal. Der kann ich nicht mehr. Wird mit dieser Schadenblatt aufbundet coi. Gott. das ist sowieso eigentlich genau wie meins das ist dann glaube ich ein anderes gebiet dann machen wir hier erstmal alles in ruhig fertig dich und dann er gibt dich zum absturz fort erst mal das blaue blau muss ich wir haben noch was zu besprechen verschiedene dinge bitte sie dich um das zeug brauche ich ganz viel davon ganz viel davon geld spielt für mich keine rolle und gleich spielt für mich gleich eine große rolle jetzt habe ich kein geld mehr easy peasy warum komme ich hier nicht durch oh gott dankeschön und 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 nur weil der idioten gefallen ist nur noch einer so was habe ich noch nie gesehen dass ich auch kein vater im leben nicht ein wehrlosen alten mann der kaffee velos alter mann war aber aber velos du darfst aber leben weil du gnädig kannst easy peasy verdammte scheiße das ist kein auto hast du überhaupt falsch gemacht das ist falsch das müsste glaube ich meint sein oder oder auch nicht hier haben wir nichts mehr dann machen wir das da die bricht schon mit abstand ein bisschen geld sammeln in dieser abstand steigern ich hab da was ungewöhnliches für dich du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen ich hab da was ungewöhnliches für dich du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen der Junge wurde von Raves umgebracht Trevos Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht aber du kannst ihn nach Hause bringen alle nötigen Infos sind anbei muss ich das jetzt leise laufen oder scheißegal einer Tor ich muss mich nicht nerven ich geh erstmal da hin ich geh ganz geschmeidig hier hin ich geh noch geschmeidiger da hin ganz geschmeidig ganz geschmeidig hier kommt noch eh keiner hin finde ich komisch aber auch hier finde ich komisch aber ist ok ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe hier verflucht sei du Amadeus Tentakel alle guten dinge sind drei alle guten dinge sind drei das würde ich jetzt sowas ich habe da was ungewöhnliches für dich du musst trevor preis leiche zur angefügten adresse bringt der junge wurde von briefs umgebracht trevors eltern wollen ihren sohn begraben und können es nicht aber du kannst ihn nach hause bringen alle nötigen infos sind anbei nach hause nach hause auf nach hause nach hause nach ganz geschmeidig alles mit der sniper ganz geschmeidig alles mit sniper feuer auf einmal gekillt oder was ja du gang hier hast du alles für deine gang blöde wichser ich bin der schlechter darfst du gerne versuchen was darfst du sehr gerne versuchen das ist zum kotzen manche sagt man einfach nicht gut kann und mein guter Herz vor Ort und ganz wichtig auf dem Vorhaben hat und und ja ja da gehts hier einem schlecht was brü... erstmal hier alles noch mal abchecken in Ruhe alles in Ruhe abchecken wieder aus Versehen eine Quest Trigger soll ich aus Versehen eine Quest Trigger erstmal alles hier in Ruhe abchecken wieder aus Versehen ich kann mich sogar verlinken E 7 A 1 C B D E Marien auf einer Getötet ab, oder? Du legst mich gerade da ein nicht weniger ius da unten kommt noch was da unten kann man was hier machen da unten kann man noch was machen da unten kann man noch was machen Ich glaube das war es aber auch schon, dann brauche ich es zumindest. Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas cooles vergessen habe, weil man hier unten war ich noch gar nicht. Da hinten gehe ich ganz zum Schluss und da wo ich hin muss. Sagt ihr möchtet nichts, dass wir irgendwas triggern. Nicht vergessen, vergesst nicht. Ein bisschen vergesst nicht vorbei. Einmal aufmachen, danke. Ja, aber das Ding wird. Er will es einfach nicht nehmen. Scheiße. Wenn du dich das nehmen willst, dann musst du es nicht nehmen. Du warst hier hinten, gell. Ich konnte sicher nicht. Achtung. Fünf und acht. Nun gut. Ich gehe mal hier rein. Jetzt scanne die Leiche und Schäfer. Hier drin habe ich recht. Okay. Wo ist die Leiche von dem? Schau mal oben. Schau mal oben. Ich glaube oben war es. Ich glaube das war oben. Ich glaube der war oben. Ich glaube der war oben. hier. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Wir müssen alle Leichen haben. triggern wenn wir mal alle leichen wo jetzt gesehen haben dank der scheiße scannen die leiche um selber zu finden welche leiche muss ich scannen noch mehr leiche hier war ja wahrscheinlich schon wieso gleich mal das nicht schluch ich da hier war ja wahrscheinlich schon gell ne 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 was haben wir denn hier jetzt raus hier einfach nur raus hier gibt die berge die gleiche aus dem und plötzlich steht da ein auto wer kennt es nicht was ist das für ein typ eigentlich ein britten ghoul und schon das leiche in den koffer ok pack ihn hinten rein zeit nach hause zu gehen ich bin mir auch sehr dankbar ich bin mir auch sehr dankbar es ist ganz geschmeidig auf 10 was du noch mal zu sehen eines gegners ist die schuss rat von pistolen mit den kritischen treffer chance mit vollem magazin modifizierte pistole das ist auch ziemlich gut das müsst ihr passt eigentlich nur noch griffen hoppala ist hier irgendwas das ist hier irgendwas wir haben das ist hier einfach jetzt die hier 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 Oh Gott, ich hasse es, überladen zu sein, wie ich sowas hasse. Ich kann jetzt meine Vorsachen kaputt machen. Miese Zeit, man, braucht man echt mehr Karten und mehr, wo ich einstecken kann. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nein. Da war es nur noch einer. Jetzt ist keiner noch. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Branchezen 2021. Ohne Titel Nummer 18. Öl auf Leinwand. Öl auf Leinwand. Pärlen vor die Säue. Echt ey. Echt ey. Wo ist jetzt mein Auto? Da ist alles gut. Sehr gut. Aber das ist fertig. Jetzt können wir ganz geschmeidig da rüber gehen. Sehr gut. Cache, habe ich noch ein bisschen was? Oh, das Cache sammelt sich echt schnell. Ohne. Ohne. Hier. 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 Hier ist gut. Hier ist ja kein Auto. Hier. Hier ist ein Auto. Hier ist alles gut. Hier ist gut. Hier ist es unter und zu. Dämpfer. Dann hole ich dich. Geh mal weg mit dem Dreck. Ja, voll gut daneben. Voll gut, ich hab gewonnen. Sehr gut, dass ich gewonnen habe. Jetzt weiß ich, dass ich gewonnen habe. Wir probieren das jetzt ja trotzdem alle, Mann. Ganz so einfach ist das. Warte mal, da war glaube ich nichts mehr in dir. Ich glaube nichts mehr. Auch nichts was ich hacken kann. Vielleicht kann ich hacken. Ähm... B, D, R, 1, C. Ja, 1, 2, 1, 2. Easy. Easy schmisi. Wow, was war das gerade? Was war das gleich von hinten? Gott, nicht die Schwache schon wieder. Weg mit dir. Easy, 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 easy. Erstmal herstellen. Erstmal herstellen. Ich kann sich einfach wieder einfach erst gleich erst. Oder ich mach besser meine jetzige. Zweite Pistole. Dritte Treffer Chance. Dritte Treffer Chance. Dritte Schaden. Ich glaube, ich tu dich erstmal wieder. Dritte Schaden. Ich hab schon ein bisschen mehr Schaden. Und der Spiegel ziemlich gerne. Upgrade. 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 Und noch ein upgrade. Sehr gut. Gut, warte jetzt. Der hat immer noch so wenig. Oh, das ist jetzt die nächste, die ich dann herstelle. Warte mal. Das ist dann, glaube ich, die nächste, die ich herstelle, gell? Nee. Ah, das bringt man einen Sack für jetzt ja viel die Waffe gedacht. 662 müsste die haben. 662. Ich verstehe. Ich muss die ein bisschen weiter upgraden. Immer zweimal auf Pistole, zweimal auf AK. Zweimal auf Pistole, zweimal auf AK. Weil ich... Fahrt meines Schrotfilms... Äh... Rings. Sniper muss ich nicht mehr upgraden. Ist eh schon... OP. Yeah. Das war ein cooler Move. Ich würde jetzt, glaube ich, theoretisch nicht gleich nehmen. Ich würde jetzt, glaube ich, theoretisch nicht gleich nehmen. Maul halten und weiter schießen! Er hat das Stück hier selbst in die Loppiea. Mann. Weil irgendetwas gibt, dass ich dich töte. Ob ich schieße. Oh, ma, ha, brauche ich mich gemacht! Loppiea. Die Wache will ich nicht. Die Wache will ich nicht. Die Wache will ich nicht. Die Wache will ich nicht überladen. Ich brauche die nicht mehr. So ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. Okay. War hier noch irgendwas? Oder wäre hier noch irgendwas? Was? Überbewertet. Braue ich nicht. Also viele Nahkampfe? 2 Nahkampfe. Ja bitte alles weg. So viele. So viel Loot. So viel Loot. So viel Loot. So. Dann haben wir es. Ich bin nicht mehr überladen. Aber hier irgendwas cooles. Bis jetzt. Hier hat man dich. Bringert den Schaden. Einhöhtes Tragkapazität. Das ist gut. 3 Tragkapazität. 3 Tragkapazität. 3 Tragkapazität. 3 Tragkapazität. Schau es aus. Ich brauche hier besser. Höhtes Tragkapazität. Das ist doch eh besser. Höhtes Tragkapazität. Höhtes Tragkapazität. Noch was anderes. Nein kann nicht. Ich muss das lassen. Das ist mein Essen. Das ist mein Essen. Das ist mein Essen. Das ist mein Essen. Nein. Das ist mein Essen. Es geht um. Ich habe hier. Das andere Drog. Höhtes Tragkapazität. so kann ich nicht schmeißen das ist ok, das ist mir jetzt Mist, fragt warum ich gerade keine Granaten schmeißen konnte man. Nervig, nervig. Okay, jetzt aber. So, dass ich ihn verstecken kann, wahrscheinlich muss man erstmal hier mal hin. Der Schwein ist gefährlich. Der Bau. Glaubts ja nicht, ey. Wollen wir doch selber aufgeben. Was ist los mit euch? Gebst du? Nicht mehr. Hier ist mein Auto. Da ist mein Auto. Da ist mein Auto hier. Gehen wir da hin. Dann können wir ganz ruhig durch. Sonst ist hier nichts mehr, gell. Jetzt haben wir hier den Bereich dann fertig. Da geh ich aus diesem Bereich gehen wir später, glaub ich. Jetzt müssen wir den Niedrigkündigung erledigen. Erstmal dahin. All diese Aufträge müssen erledigt werden. So fahre ich nicht auf der Strasse. Aber wahrscheinlich keine 200. So fahre ich nicht auf der Strasse. Sonst ist es gut. Es ist gut. Aber vielleicht kann ich 200. Ich schade. Es ist gut. Ich schade. Ich schade. Es ist gut. Ich schade. Es ist gut. Ich weiß nicht. 200 und eine Kurve mit einer Handbremse ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hey, ich brauch deine Hilfe. Ich habe Kontakt zu Benedikt McAdams Waren verloren, der ihn aus der Stadt bringen sollte. Geh zu den Koordinaten und sieh nach, was da los ist. An Bari findest du mir bloß. Habt ihr darüber nachgedacht? Geht hier Mann. Danke. Geht hier. Geht hier. Geht hier. Schade daneben. Alter. Das ist mein fetter Schaden. Ich glaub, die Hose ist besser als meine. Ich will nicht die Hose. Erhöht die... Ja, zieht hier an. Erhöht die Panzer rein. Okay, lassen wir es mal so... Lassen wir es mal so durchgehen. Verlinken. Sieben ab. Sieben, neun. Eins, zehn. Gehen wir ihn nur mehr looten. Da Californian gezeigt? Geh tot! Wir standardized noch. Wir haben wir noch mehrere. Gefahrということで nochmal soado. Ich bin der Band. Dann suchen wir mal hier den Band. Nutzen. Alles nicht zu schwer gewesen. Die Bosse habe ich ja meine Sniper. Die ist echt ok. Mit Kopfschuss das war's. Der Boss ist froh. Der Boss ist direkt tot. Zugriff erweigert. Ich musste nach unten. Wieso wird mir der Zugriff erweigert. Ah, was neu. Alles klar. Du willst mich wohl auf den Ausfluss mitnehmen. Entschuldigung. Ich glaube ich muss dich auch schalten. Kann das sein? Das muss ich ausschalten. Ja. Noch mehr du. Yeah. Scheiße ja. Ja. Mann, ich hasse das. Seine Todesangst zu überspielen und so. Und so. Okay, bringen wir dich hier weg. Scheiße. Als hätte ich meine Beine ewig nicht benutzt. Ja, genau. Als hättest du deine Beine ewig nicht benutzt. Danke für den Loot. Gehen wir hier raus. Okay. Erstmal raus hier. Bring Benz zum Treffen. Wo ist der Treffpunkt? Treffpunkt 2. Ja. Alk? Kicken? Melone. Süßen Honig Melonen, die Dakotas Leute aus dem Genetik Mischmaschen züchten. Okay. Ich saß da und dachte, was würde ich jetzt für so eine süße, süße Melone geben. Natürlich hat das Jason dich gekümmert. Arsch. Was war's? Ja. 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 Tatsächlich ist gut. Warte mal, das ist nicht mein Auto, gell? Guck mal, mein Auto. Wir müssen aber nur einen tic schneller sein. Alter. Was macht denn der? Was macht denn der? Hey, bring mir mein Auto, Mann. Da ist du, da? Nein, nein. Ist das hier drin? Sehr gut. Meine müsste glaube ich schneller sein, oder? Irre ich mich da jetzt. Ich schreibe mal auf 200 Punkt. Hier sowieso nicht, aber trotzdem. Checken wir mal da. So, steck aus dem Wagen. Ne, ich steck selber aus dem Wagen. Lass mal warten. Ja, warten wir halt. Oh, jetzt ist ich schon wieder im Auto. Komm. Ja, ja, du Stück Scheiße. Überfahr mich halt, oder? Geil, wa? Ich mache hier irgendwas. Erhöhlt den kritischen Schaden, erhöht die Panser. So, besser. Ne, ne. Ist nicht gut, deswegen kann man hier eigentlich alles weg. Ne, ich fast wieder überladen. Vom Helm her, gehe ich erstmal weg. Hier kann man auch das alles weg. Ja. 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 Und ja. Von den Schuhen habe ich Hinges und Hosen. Und mal auch eine weg. Hallo Hosen, raus mit die Viechers. Es ist Jahre her. Siehst scheiße aus. Sieht scheiße aus. Bin gerade unpässlich. Du wirst mich wohl chauffieren müssen. Wie? Decoder schickt gerade deine Bezahlung. Nova, danke. Halt die Ohren steif. Jesus, halt jetzt die Ohren steif. Deine. Du warst nicht so weit. Du wirst deinen Schaden geschickt. Den schaden die Ohren steif. Halt die. Du wirst die Ohren steif. Es ist echt schön. Okay. Oh, das ist nächstes. Okay. Ich fahre mal den Oberkampf. Ich glaube, das ist nicht besser als mein Auto. Ich glaube, das wäre besser. Ich vermute dich mal. Ich bin 139. Nein. Nein, 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 nein. Du musst schneller sein. Du musst zu schneller sein. Das ist mein letzter. Auf und viel schneller. Auf und viel schneller. Auf und viel schneller. Ich fahre weiter geradeaus. Ey, ja. Komm ich glaube nicht durch, oder? Ja. So muss ich ja gar nicht. Okay. Ist okay. Jetzt geht es erstmal in der Weile geradeaus. Dann checken wir, wie schnell das Auto jetzt ist. Dann checken wir uns mit dem runter. Weil wir uns jetzt mit dem runter gehen. Wow. Umsonst Loot. Blut umsonst. Sag ich nicht Nein. Ich würde auf keinen Fall Nein sagen. Aber zum Auto hätte ich Nein sagen. Wir sind mal im Auto da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gibt's jetzt was neues? Oh, und den zuerst. Willkommen in Pacifica. Das ging schnell. Ich bin eben erst angekommen. Geld wartet nicht. Wir hören uns. Hummelhaut ist was denn hier? Neue Meldung an alle LCBD Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen auf dem Pacific Pulver. Anton Kohle, ein bekannter Anführer der Scavenger, wird vor Ort vermutet. Er wird wegen vierfachen Mordes gesucht. Die Behörden von Night City haben eine Belohnung für die Neutralisierung von Kohle und seinen Anhängern versprochen. Gellhhh. Gell! Ihnen ist ein weiterer Liege, ein Schussfall! Plastiere sind verbrechen! Gell! Gell! Neue Meldung an alle NCPT-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen auf dem Pacific Boulevard. Anton Kolev, ein bekannter Anführer der Scavenger, wird hier abvermitteln. Er wird für die vierfachen Mordes gesucht. Die Behörden von Night City haben eine Belohnung für die Neutralisierung von Kolev und seinen Anhängern versprochen. Das wird sicherlich. Wie lange das hier geht, mit dem scheiß fucking Heck, ist es drauf. Ich hab dich. WTF? WTF? Nicht cool. Nicht cool. Ich hab dich. Ich hab dich. Neue Meldung an alle NCPD Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen auf dem Pacific Boulevard. Anton Kohle, ein bekannter Anführer der Scavenger, wird vor Ort vermutet. Er wird wegen vierfachen Mordes gesucht. Die Behörden von Night City haben eine Belohnung für die Neutralisierung von Kohle und seinen Anhängern versprochen. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Bis hier war es bis jetzt glaube ich richtig. Machen wir mal eine da hin, eine da hin, eine da rieber. So. Und jetzt los. Kann ich nicht raus sein, dass ich keinen Schaden mache. Für mich ist es. Schweine. So, easy. Schnell bevor man mich hier hackt. So, hast du mich hier hackt. So, jetzt aber. Kannst du bitte looten? Wirst du nicht. Schaut auf. Danke, ich muss looten. Kann ich für diesen ganzen Sch... Oh. Jetzt war's das. Für irgendwelche Minen. Nein, doch nicht. Sieht mir jedenfalls nicht nach Minen aus. Warum ich mich hier gerade getötet habe, und zwar glaube ich keine Minen. Oder? Ich hab so einfach nur normaler... ...Brain-Stopp. ...die sich getötet hat. Dann zauern wir mal. Hier ist noch einer. Einfach nur irgendwo... ...in der Nähe ist einfach nur explodiert und es hat nicht gekündigt. Das ist so meine Vermutung. Ob das wirklich so ist, das weiß ich noch nicht. Es stellt sich doch irgendwann bei Raus, hoffe ich. das hab ich mal ok hier hab ich noch den gemütlich getötet ja mal ein bisschen was immer noch ein bisschen was an loot immer noch mehr loot kann ich nicht verbinden natürlich dann sollte ich nicht auch verbinden kann guck nicht ok machen wir das hier fertig gehen wir als nächstes dahin oder vorher hätte ich gesagt ich geh erstmal dahin so ganz geschmeidig ganz easy peasy da rüber fahren da gibt es etwas leckeres legendäres was 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 warum warum greift sie mich an was ist das los mit euch schau das passiert das wäre nicht passiert als sie mich nicht an ich brauche was für die straße dann bist du am richtigen aber du musst gleich ist was du hast boah hier das ist schon schade das ist schon schade ich bin schon zwei verleihe Plätze aber ich hab da etwas geiles das nehmen wir mal das ganze blaue gelbe zeug grüne zeug weiße zeug alles weg schade dass nichts legendäres ist ziemlich enttäuschend aber ist ein bisserl enttäuschend aber ist ok da kannst du glaube ich auch nichts wäre viel besseres was haben wir hier möglich stilles landen landen was ist denn schwarzen 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 was machen wir noch kommen wir erstmal hier dafür würde ich nicht nur die züge lösen wie die sind tot sehr gut naja denen gehts schon gut denen gehts prima aber man muss ein bisschen hoch gehen muss man nach oben ist ok noch weiter hoch haben die Banditen sich da gar nicht oben versteckt oder was noch weiter hoch wir sind also auf dem Dach noch weiter hoch noch weiter hoch und dann noch weiter hoch noch weiter hoch noch Sabbath noch einmal hin DG 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 ganz schön easy, ganz schön easy peasy, jetzt mal hört die ausgleichung, ne 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 ne, das brauch ich nicht ah, 5 und 6, ja, level up habe ich noch nicht, viel flash habe ich, 41, ok, ja, geht wenigstens ziemlich schnell, das haben wir hier, haben wir auch nix, hier kann ich auch rüberjumpen, hier haben wir halt auch nix, gell, fangen wir mal hier alles durch, geschlossen ja, alles verschlossen, schade Marmelade, dann gehen wir mal ganz, ein paar danken, als nächstes, gehen wir mal dahin, das war natürlich mein Auto, von meinem Auto gehe ich noch nicht, was das ist, das hat er gestartet, ja, heute noch Mann, komm schon, lass mich nicht wahr, mach dein Ding ich muss auch was kurz angestellt ok, aber ok was ob sie mir zum anbieten schade stand einfach wegzufahren schau die mich an schau die mich an ich sch подар dann schau mich da ist leider schub Ich muss ja jeder hoch Ok, ich muss ja jeder hoch Das Bullen Söldner Ach, das sind ja schon wieder hier Das ist ein Söldner Ja, du kannst leben Ich erlaub denen zu leben Ist ok Wow Chillig Das sind ein paar Söldner Ist ok Kann man euch am Leben lassen Ausdrucksweise kann man niemand am Leben lassen Ist ja nicht so, dass sie mir hier Übers den Stress gemacht haben Ist er jetzt da unten, gell Mit irgendwie Ich bin am verhungern Ja, der Laden ist gut Ok, wir sehen uns Ok Ok Ist die jetzt da? Hm Hm Alles easy Repier mal Ich bin ja eh schon überladen Ist ok Ein paar Waffen wieder kaputt machen Ab Wow Wir fahren alles kaputt Um ab überladen zu sein Kein Bock 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 überladen zu sein Das kann sich gar nicht mehr umgehen kommen, der Na ok weiter gehts zurück da Ok weiter gehts zurück da Scheiße, der poliert uns den Arsch! Scheiße! Hier, Mann! Pisi, pisi! Einer noch, ja! Brauch hier, hier abzuhängen! Was ist denn noch irgendwas? Was ist denn noch irgendwas? Es gibt bestimmt noch jede Menge! Wenn man den meisten Zeug nicht nehmen kann, ist nervig! Das ist echt beschissen! Scheißen egal! Ich bin das schlechter! Geht! Daamm, daamm, daamm! Da hab ich den gebürdet! Hier! Das darf ich nicht mehr weiterleben! Was denkst du, du bist? Jetzt denkst du, wer ist! Dass der weiterleben darf hier! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist mein Kontakt bestätigt. Wollen die herkommen? Die ganze Werkstatt abchecken. Erstmal die ganze Werkstatt abchecken. Wow, ich schießt den Kopf in den fehlten Arm. Logisch. Ich schießt jemanden im Kopf, dann fehlt dich plötzlich in den Arm. Wer kennt es nicht? Wo gehört es hier, glaube ich, gell? Ist ja nicht anders. Hier kommen wir wohin. Äh, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Nein, scheiß nicht drauf. Check das da oben ab. Wenn es noch ein anderer Weg ist, dann kann es sein, dass hier noch Blut ist. Da geht doch. Was sonst? Sorry. Jetzt sind wir alle tot. Den geh ich aber noch looten. Den geh ich auf jeden Fall noch looten. Hilfe! Hilfe! Geh mal langsam in Ruhe runter. Ich konnte dich nicht hacken, gell? Ich konnte dich leider nicht hacken. Ist okay. Ja gut, dann gehen wir mal. Und steigen. Und jetzt? Abkommen mit dem LKW. Oje. Ja, okay. Hier wäre der Dangle. Easy peasy. Gehen. Will ich erst mal looten? Lassen Sie doch die Leute nicht mit dem hieren Looter. Bin ich denn hier? Was ist immer denn hier? Sehr gut. Ein paar Schramm abbekommen ist heute, aber es ist nichts weiter Schlimmes. Nicht weiter Schlimmes. Nicht weiter Schlimmes. Was war die denn? Aha. Echt? Aha. ja der doppelte schießt das kopf so gut wie tot und ist tot öfters mal nur looten ihr hättet euch lieber nicht mit mir anlegen sollen ihr hättet euch lieber nicht mit mir anlegen sollen hättest lieber gesagt oh fuck was eh ist das lass mal weg hier habt ihr nicht gemacht dann krepiert's hier so gemütlich erstmal wieder ganz gemütlich erstmal wieder hier alles zu legen zerlegen und zerstören zerlegen und zerstören zerlegen und zerstören alles wird hier zerlegt und zerstören geht easy 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 kann man mal upgraden ich kann man nicht upgraden upgraden will ich nochmal was ja kann man euch upgraden das ist ok das ist alles ok trage es wo und die anderen ach so da ok und einer wäre hier irgendwo den anderen kann ich damit leben ausnahmsweise mal scheiß auf die beiden scheiß auf die beiden ist das ne schöne leere Stadt hier da blieb das du 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 Jaja, dann schießt er halt rum, dann schießt er halt rum. Fertig. Jetzt haben wir hier aufregeln gleich. Hätte ich ja hier so einiges zu erledigen, gell? Was machst du begiblich zur Kapelle? Ja, lerne. Ja. Auch schön geschmeidig auf 18, was hast du? Wieder Kopfschussbringer den Rückstoß. Guck mal hier. Problem von Gewehren und Maschinenpistolen prallen zusätzlich zweimal ab. Schrauben mit Gewehren und Maschinenpistolen ist höher je weiter du von gegen entfernt bist. Verringert den Rückstoß mit Gewehren und Maschinenpistolen sind bis zum während du aus der Deckung schießt. Schießt eigentlich immer aus der Deckung. Schnelle Nachkampfangriffe. Schnelle Nachkampfangriffe. Gewehren oder so. Ich bin eigentlich nie in der Deckung. Ich bin eigentlich nie in der Deckung. Ich bin eigentlich nie in der Deckung. Fahrzeug steht gleich da. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, bleib stehen. Ich bin hier, ich bin hier, bleib stehen. Scheiß auf die. Neul nicht selber klären. Du hast dir ein nettes Sümmchen verdient. Fabio. Ja, merk dir meine Nummer. Ich bin hier. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Ich bin hier. 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 Ja, ich kann nicht reinigen. Ich bin hier. Aber da kann ich mir jetzt die Roboter hier am Arsch hängen. Eieieiei, was stimmt nicht mit dir? Du bist aber alles tot. Was haben wir hier denn? Was haben wir hier denn? Was haben wir hier denn schickes? Okay Kann ich hier verlegen? Jawoll Benden Easy Easy 1C E9 1C E9 Entschuldigung Ich kann es nicht loken leider Hier ist doch hier keiner mehr Schickere Diene Die Nachricht 1C Ok Regina Jones Eine Antwort hier Und das war es hier Ich bin der Beste Und das war es Ein Keiner von mir dieser 1C 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 Hier steht 200C Schnell, 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 schnell! Entschuldigung, ob da einfach alles krepiert Gehen wir mal da und da läd ich mir wieder alles neu Alles easy, mann Alles easy Momentan ist hier alles einfach Ja, ich glaube, alles ist sehr niedrig Ja es ist besser Aber man weiß nicht, ob wir hier stecken Aber ich weiß, es ist besser Es ist okay Es ist okay, ich weiß es Du musst einen Augenblick auf einmal Sch tat ich mich nicht Ich bin nicht drückt, ich hab ein bisschen leder an dem Scheiss da drauf geht's. Scheiss, ich brauche mich hier eigentlich gar nicht. Muster hoch. Ich bin nicht drüber, ich bin nicht drüber, ich bin nicht drüber. Scheiße, das ist ein Kamara. Agant! Und jetzt ist mein Durek. Ganz easy peasy, alles kaputt mache. Das hab ich natürlich. Manchmal wahrscheinlich sehr viel kaputt macht, in Vidich und Dich. Wannet SHE auch so viel kaputt machen, Was gut gibt es? Manchmal wahrscheinlich sehr viel! Vidich und Dich und Dich. Das sieht wieder aus. Dich und Dich und Dich und Dich und Dich und Dich. Das sind die Fischers. feuer Platz ist glaube ich sinnvoller mit Panzerung, mit Ausweichen, Panzerung, Druckkapazität, na aber verringert die Ausweichen mit Ausweichen, Druckkapazität, Bewegungstempo, ich lasse alles ich glaube das ganze Zeug nicht so 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 dann auch mal ganz geschmeidig hier durch schauen wir mal wer mich hier gekillt hat oder versucht hat zu killen so 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 1C, E9, 1C, 1C Wo ist doch alles riesig Der nächste wäre hier Jetzt hab ich da schon mal eines zu fertig gehabt Gut, äh, Dings Mein Auto, mein Auto ist da Ich hab jetzt auch schon langsam wieder mehr als Glück Und weiter geht's Mach mal hier mal, die Stadt ein bisschen sauberer Und ein bisschen kaputter Die Stadt machen wir jetzt sauber und kaputt Ups Hier bin ich richtig, oder? Hier bin ich ganz richtig Nehm ich meinen Schlag an Ich piss auf dein Grat Oder ich, ich auch Deins Was hältst du davon? Für ein schreckliches Ort Danke Gerne Bin immer da zur Hilfe Ich helfe gerne, wo ich nur kann Jeberei, wo ich helfen kann Helfe ich natürlich Sind ja hier keine Baban Sind ja hier keine Wikingers Oder, oder, oder Hm Das sind hier nicht Schinden wir aus Und zwei sind mal nicht Oh, jetzt hab ich hier schon gelbes Zeug Blabes Zeug mach ich, sorry Wäubchen Da ist so Das ist okay Und so rum Und so rum Wo wäre denn der nächste? Der nächste wäre dann Da Ich hab wieder so rum Ja, okay Ja, Papa Ist ja eigentlich nicht viel mehr Entschuldigung, hatte ich recht Oder auch nicht, okay Ist okay Ich glaub ich komm hier hoch Logo Wow Aber was hat's mit dagegen zu tun? Was hat denn das jetzt plötzlich mit dagegen zu tun? Wer lässt seine Autos, sein Autos hier aufstehen? Ja, verstehe Wer lässt seine Autos, sein Autos hier aufstehen? Ja, verstehe Oh Ich glaub ich sterbe hier nicht Oh Ich glaub ich sterbe hier nicht Das ist mein Plan Wer sowieso nicht Ich will mir sowieso nicht mitzuhelfen Okay Dann hab ich hier schonmal alles fertig Können wir hier nochmal reingucken Dann können wir da weiter Ich muss jetzt überfangen Gehe zuerst da hin Ah, da ist ne Leiter Sehr gut Es ist ja sehr sehr gut Was hier ne Leiter ist Für mein Fahrzeug Ein Weg für mein Fahrzeug Das finde ich sehr gut Das finde ich mega gut Bis zum nächsten Mal Hier geht's hin was muss ich schon mal weg haben Das ist kein Schlüssel-Kunsch. Sein Mann wird das Schlüssel-Kunsch Man kann man da... Man darf da zu binden. Man muss ja, man kann man da... Es ist ja theoretisch, man kann man... Neee, nee, 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 nee. Man Autofakt hat auch schon gesagt. was warum geht ihr hier auf zivilisten los alter was ist los mit euch euch gerecht keine sorge ich tue ich ja nichts man aber ich nur geholfen was soll ich nicht tun wenn es nicht die bohlen euch helfen dann hab ich euch halt mein gott wo ist das problem und weiterdenken bald wird es richtig cool ausgegangen aber noch passt die wollten mich nicht gelassen braucht eine neue knarre ganz genau so aus hat er jetzt so außer suche ausgesagt eigentlich haben wir hier nichts gutes dann machen wir hier weiter ich hab ihn geholfen mann ich brauche hier keine bohnen ist alles ok Ich bin mir los! Ich bin mir los! Ich bin mir los! Ich bin einiger! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! oi oi pass du mich nicht an alter also was du sagst alter alter zu Ende gehen wir mal da da muss noch was sein hier muss auf jeden Fall noch was sein schau mal was es da gibt da haben wir da haben wir die Tonne da haben wir sie da haben wir sie die Schlüssel haben wir Was ist hier? Wow. Es ist Wasser. Okay. Das ist dann. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Kann ich hier glaube ich was neues herstellen, oder? Aber irgendwas neues habe ich hier bekommen. Ist das da? 25 Sekunden lang ein... Nicht wirklich heute brauche ich Nicht wirkliches Zeug heute brauche ich nicht Was haben wir hier? Neee Bitte schon schadensbasierende Schatz zurück auszulösen, nee Entra Ist das da? Eh, komm Da ist drauf Danke noch da her Oi, oi, oi Wau Wau Ok Sieben Ich bin ganz richtig Ich bin ganz richtig Keiner Und alle tot Easy peasy Ja Gehen weiter da Da Hier Schott Sehr gut Und auch Schweiter eben Und auch Schweiter eben Und auch Schweiter versuchen mit einer Gänse zu spielen Die H7 Das chip Sieben Das ist gut Es gibt ssiros ople ії Ich glaube jetzt dann bei der Kapelle überladen. Ok, dann haben wir das auch schon erledigt. Ich will mal da hingehen. Und mit hier. Da hin. Hier ist glaube ich, ich begib dich zur Kapelle. Und mit der Kapelle. Nebenmissionen. Lass mal die ganzen Nebenmissionen erledigen. Wenn ich dann da weitermache. Wo sagt es hier? 60. Alter, Ansehen. 60. Metamorphose 15. Die Uhr tickt 20%. ... ... Ey ja, bin ich skittan. Wauw 7a, 7a, der hier. Bisse, bisi. Tö, 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 tö. Was hier was jetzt? Da geh mal hin. Ich steig mir nicht mal ein Dich ein. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Das ist ja gut. Okay. Okay. Jetzt war es hier, oder? Wenn wir als nächstes das machen, dann das und dann da Chillig Das klingt chillig Klingt nach einem chilligen Klapp Aufsteigen und töten Was? Was hast du gesagt? Fall in your fresse Fall in your fresse Fall in your fresse Fall in your fresse Das nächste Gebiet Was ist das da? Das ist ganz geschmeidig So, let's go Ich bin halt mit dem Bullen Ich fahre mich da rüber auf den Weg Dann schauen wir mal weiter Dass er als nächstes tun könnte Wow Das war ein Fehler Das war ein riesen Fehler Das war ein riesen, 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 riesen Fehler Aber Kleinen Moment So, let's fight Auch ein neues Jetzt machen wir das ganz geschmeidig Scheiße, ziehen wir das durch Oh, schießt nur nicht Was hat der App schießt nicht mal Ich kann mal ganz geschmeidig alles looten Ich kann mal ganz, ganz geschmeidig alles looten Was ist das hier grün ist? Oh, ja, ich habe es vergessen Kann ich bitte looten Nein Gott ist das nervig Oh, linken 5 und 6 Na gut, dann halt nicht Du liegst auch sehr gesund Du liegst auch sehr gesund Du liegst auch sehr gesund Der liegt ganz gesund, ey So sollte jeder liegen So Dann machen wir das hier auch wär weg Und dann kommen wir jetzt ganz geschmeidig dahin Hier ist dann alles mittel Und hier ist dann wahrscheinlich niedriger Ich habe gesagt, ich mache das Ich habe gesagt, ich mache das Ich habe das Ich habe das Ich habe das Ich habe das Der Bulle steht einfach nur dran Das ist doch ein Motherfucker, der mich töten will Ich will euch nicht töten, ich will euch helfen, Mann Ich will euch helfen, Mann Was los mit dir Mein Gott, ey Ich will euch den Polen helfen und Oh, Mann, was los mit denen Ich töte mich, ne? Die töten, wo einer die Schlenks Tötet, Mann Verstehst du das? Haben wir uns da verstanden, Mann Wie heißt es? Es sieht aus, als hätten wir es mit einer Kratzbürste zu tun Ja, ist ne jahre Sehr gut, im Knast wird es schnell weich Finde ich gut Sehr gut Finde ich gut, finde ich gut Scheiße, die beiden Aber wo muss ich denn jetzt ganz genau hin? Zeig mal da unten Dann kann ich wohl hier oben da hin Boah Kleine Aufsitschein So Hey, wie? Auf dem Pier soll ein Soldat gerade auf Fußgänger geschossen haben Ich hätte ihn gern leben, wenn du das hinkriegst Dann schicke ich ein paar Leute vorbei Nein, mehr Details bekommst du gleich Und wie? Viel Glück What? Uhum Mmh W subjects Das ist Na Ich sehe Ich sehe Okay. Die ganzen... ...gleichen kann man es gut tun, wenn es looten. Dombo. ... ... ... ... ... ... ... Es ist Psyche. Es ist Psyche. Aber es ist Psyche. Oei-ei-ei-ei-ei. Das ist nicht mehr. Ich bin Psyche. Ich bin Psyche. Einfach mal. Ich bin Psyche. Ich kann dich mit dem Psyche man. Ich bin Psyche. Was ist Psyche? Weitere blühen. Okay. ok jetzt ist noch etwas m ok ich weiß nicht ich bin ja das war's auch gerade geschlossen finde ich gut finde ich gut hier noch weiter jetzt könnt ihr hier wieder schön in ruhe leben ja bei eurem abgrenzt könnt ihr hier in ruhe leben gib dich zur kapelle jetzt begebe ich mich zur kapelle jetzt kann ich mich ganz geschmeidig zu der kapelle geben ich habe keinen drastoffel ja bin ich meine auto ich habe es meine auto ich stehe meine auto ich stehe Nein, ich kann mich nicht mehr stellen Au Warte Scheiße Nein Oh, zum Glück Ich komme durch, sehr gut Schauen wir mal, was in der Kapelle auf mich wartet Schauen wir mal, was da auf mich wartet Ich bin hier mal gespannt Ich werde mich lieber nicht mit mir angelegt Oh Gott Ich bin überladen Ich bin überladen Ich bin überladen Das war ganz easy Ganz geschmeißig Alle Wachen geschmeißen Und da muss es ja schon wieder langsam ziemlich gut Oh But Wie, Perlmekt Ich bin überladen Dann Zack, 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 das haben wir hier. Besser, dass diesen kritischen Dings krieg ich glaube ich auch nicht mehr, gell? Verpessern wäre, glaube ich, der, gut. Ah, ja. Dun, 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 dun. Weg, 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 und weg. Herstellen, upgraden. Das muss ich upgraden, ich möchte dich upgraden, gell? Ganz einfach. Oh, passen wir weiter. Schlag. Das du bist du auch viel besser dran, als 324. Ich hab das falsch abgegradet, ich neb. Ich folge, 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 depp bin ich. Ich flitze. Gott, bin hier ein depp. Zwei schreiten, macht upgraden. No, ah, sorry, mach. Kann ja mal passieren. Oh? Ich mach weiter. Auch ich spiel das nicht. Über die Kommentare bin ich ja gar nicht, Culal fertig. Daess nicht. Ich bin das alles oder ich hab, also. Bist du mein Kontakt? Dann erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte, du erfährst ja, bald. Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Brigitte, Brigitte. Nein, das Einkaufsszene an der Kreuzung geht zu dem Fleischadon. Das war ein Klima. Er erklärte dir, bitte. Wie krass ist die Tenor? Nein! Nein! Erstmal auch hier machen, wir können zwar ein Tier machen. Wir müssen dich hier raus. Gehen wir hier wieder raus. Dann kann ich noch die Fratschen hier bekommen. Das ist gut. Hey, da ist so viel Zeug. Oh, kein Zeugchen. Ich suche Placid. Ja Placid. Ja Placid. Ja Placid. Garde hier. Ja Placid. Ja Placid. Ja Placid. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab einiges über deine Kuh gehört. Ich dachte der Verkauf von Gefühle ist elegant. Ich will mit Brigitte reden. Wurdest du mir geschenkt? Und du sagst mir mehr über den Job. Das ist ein Mensch. Wauw, ein gesteckt. Wir kommen mit Pacifica. Nein! Pupsi, pupsi, falschen Käse. Deswegen kannst du auch den falschen Käse ein. Okay? Feier mal auf der Stahl, wenn du es mal sehen kannst. Danke. Auf der Seele, die Tag. Ja, dann, 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 dann. Ja! Ja, dann, 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 dann. Ja! Ja, dann, 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 dann. Ja! 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 Ich bin aufwarteitiert. Sie haben einen kleinen Schmutz. Es ist klar. Sie sind sehr gut. Sie haben einen kleinen Schmutz. Wie ist das? Wenn du das an willst, weil du nicht unsere Schmutz hat. Da ist die Frage. Herr Kuss, ich habe mir gehört. Sie haben einen Schmutz-Kluss. Ich habe einen Schmutz für mich in meinem Fronchen. Ah, wohin? Rechts oder links? Brauch mal schneller, oder? Real Water Ja, ich erfahre bald alles, sehr gut Wir reden hier, setz ihn Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst Du nimmst den Job, du machst, was ich sage Verleg dich sofort Und wenn nicht Wartet draußen eine Horde Freiwilliger Wie? Zielgerade, fast geschafft, war jetzt kein Scheiß Ja, okay Wird schon gut gehen Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll Ist so Ja Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art Und das teilt sich für euch aus, ja? Lauf gut, besser als du denn Und das teilt sich für euch Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst Schaffe ich schon mal Dieser Chip Keine Signatur Was ist das? Unwichtig ist kaputt Das sagst du nicht hier Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will Kommt er dir nicht bekannt vor? Wollt er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist Kugel in den Kopf bekommen Seitdem funktioniert er nicht mehr Also empfehle ich deinen Anspruch und was Also empfehle ich deinen Anspruch und was Was mache ich, wenn ich in den Gym bin? Was mache ich, wenn ich drin bin? Was mache ich? Der Camionett 20, 35, 07 Drei Sekunden vorher Wusch Habe versucht rauszufinden, wo er herkommt Fortschrittliche Tech? Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen Sie beobachten ihn genau Ist wichtig Warum auch immer Was ist das? Was ist das? Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht Sie kommen ohne mich, klar Konzentrier dich Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger Jemand anders braucht sie Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner Tech Und ich soll rausfinden, wer Fang beim Camionett an Bleib verborgen Ich habe nur die Situation Es ist ein Ressort Wir sind unsere Säme Warum? Wozu? Du schweig 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 Noch eine Stimme in deinem Kopf Da freut sich der Riverdok Du schweig Du überwachst mich Zeug von vertrauen Okay Muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall Sie zeigen dir, wie du reinkommst Mein Geld Wie viel kriege ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash Sondern um ein Problem Mach die Gym Und Brigitte löst dein Problem Ja, aber ich habe gerade erfahren Dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde Deshalb ist mein Preis gestiegen Mal sehen Ich verspreche nichts Ja, okay Verstanden Wenn ich das erledige Bringst du mich zu Brigitte Richtig? Ja Sorte am Ende des Gags Geh Meine Leute lassen dich durch Wie ist es fit? Naja, dann hier raus Wie? Ich höre, was ist? Stabilitätscheck Im Fall auf deinem Blick, okay? Mhm Scheint so Ich will jetzt aber nicht diese Hochwassleute machen Ich mache jetzt erstmal hier weiter Was ist das? Ich gebe die zum Kampf in Arroyo Das ist hier Arroyo Das ist... ...Grange irgendwas Schöpenter Den Bereich Will ich nicht Ja, wir machen erstmal schön gemütlich weiter Angefangen Von hier Das ist noch nicht klar Das ist noch nicht klar Mein Auto, wo steht das? Ich will mich, glaube ich, kein Auto holen Auch hier ganz geschmeidig durch Alles ganz geschmeidig durch, glaube ich Ich will ein paar Nebenaufgaben machen Bevor ich zu den Hauptquests gehe Ich will mich mal Moment... Vergesst das Das ist Schrott Vergesst du das? Du bist Schrott, Alter Vor allem Alter Der ist ein Rot Der ist ein Rot, Alter Der ist ein Rot, Alter Warte ich in deiner Freizeit, Tom Nicht, wenn ich dich bezahle Ich mache bezahlst du dich nicht Also leck mich Ampe Küchen Unser Lieb bricht bald ab. Geh sofort zurück. Kann ich mich mal? Okay, das ist hier. Und wo ist er deine Schmerzen von mir? Klar doch, wenn ich sie sehe. Sie muss ziemlich reingehauen bei der neuen Arbeit. Das hört sich gar nicht mehr. Ich brauche einen Wachmacher. Hast du Chromatico? Geh mir weg mit dem Vorsitzenden Boss. Ich habe gehört, die Plurre leuchtet im Dunkeln. Lass die Finger von dem Zeug und gönn dir eine Spunky Monkey, die er ist. Passiert dir das oft? Moment mal, Boss. Brett! Hey, Brett! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarker, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klatz. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich bin ein Chip durchgebrannt. Danke, Boss. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Erzähl mir meine Arbeit. Deine Schwester. Ja. Jetzt mal nur zwischen uns. Stört es dich nicht, dass deine Schwester bei Cetatec ist? Ich weiß, was du denkst. Die Konzerne beuten uns aus. Die machen uns zu losgraben. Das sagen doch alle, oder? Ja. Aber wir, wir müssen Reis zwischen unsere Stäbchen bekommen. Chenna und ich nehmen mit, was wir können. Sicher funktioniert sie nur noch dank Neurostims. Bist du nicht besorgt? Tja, so ist es eben. Man muss halt arbeiten, wenn man was haben will. Ja. Ganz genau. Du hast natürlich recht. Wie werden wir los? Alles okay bei dir? Ach, geht schon. Hab schon Schlimmeres durchgemacht. Diese scheiß Straßdraht. Ich dachte ja, wir kommen klar mit denen. Aber ein Messer? Wie geht ein eigener Mann? Naja, wenigstens kann sich Chenna jetzt auf ihren Job konzentrieren. Ja. So weit wie sie, hat keiner in der Familie geschafft. Ja. Egal. Komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Malch. Ich gib dir auch einen saftigen Rappat. Klar doch, Boss. Danke. In dem Sinne. Danke fürs Zusehen und tschau. Wir sehen uns.